In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Erste Infos zum Ferrari für 2022, die Schwachstellen des W12 und des RB16B, Abu Dhabi-Rundenzeiten werden stark fallen, Ticketpreise des Miami Grand Prix wurden veröffentlicht. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Nach den neuesten Berichten aus Italien soll sich der Ferrari für 2022 deutlich von dem Auto unterscheiden, das Liberty Media in Silverstone vorgestellt hat. Einem Bericht der italienischen Zeitschrift Formula.ono zufolge weicht das Design des neuen Ferrari bereits jedoch von dem Design des vorgestellten Autos ab. Das zitiert auch eine interne Quelle bei Ferrari. Was die Zeichnungen betrifft, so sind die des Tanks, des Chassis und der Aufhängung abgeschlossen. Formula.ono berichtet, dass rund 40 neue Simulations- und Design-Spezialisten in Maranello eingetroffen sind und dass die verschiedenen Abteilungen unter der neuen technischen Managementstruktur unabhängig und mit weniger Ablenkung arbeiten. Intern wurde das Ferrari-Projekt für 2022 als 674 bezeichnet. Bis zu einer endgültigen Entscheidung in den Wochen vor der Markteinführung wird das Auto innerhalb des Autos mit diesem Namen bezeichnet. Nur wenige Elemente können vor dem alten Boliden übernommen werden, wie zum Beispiel die elektronische Steuerung, also nichts Sichtbares. Mercedes gegen Red Bull. 460 zu 437 Punkte. Noch fünf Rennen sind zu absolvieren. Aber es gibt bei beiden Teams Probleme, denn Mercedes hat Schwierigkeiten mit den Motoren und Red Bull versteht das Auto nicht mehr. Seit dem Ungarn Grand Prix hat Mercedes Probleme mit dem Motor und auch der Verschleiß war so hoch wie nie zuvor, denn auch die Kundenteams haben Probleme damit. Seit dem Großbritannien Grand Prix besitzt der W12 sein letztes großes Upgrade und der RW16B seit Sochi eine andere Frontflügelanpassung. Der wiederum ist jetzt aber schwieriger abzustimmen, denn in bestimmten Abtriebsfenstern ist die Balance schwierig, wenn einer der beiden großen Heckflügel installiert ist. In der Türkei hatte Red Bull dann wirklich guten Grip und keine Ahnung warum. Bis eine Lösung da ist, dauerte es einen Trainingstag plus eine Nachtschicht in Milton Keynes. Von den letzten sieben Grand Prix Wochenenden regnete es an FIA und da muss man mit dem Setup genau reagieren und da kann man nicht permanent am Auto arbeiten. Doch so etwas macht Mercedes nichts aus. In Istanbul war Mercedes sowohl im Trockenen als auch im Nassen deutlich schneller. Die starke Form des W12 ist nicht zu erklären, Toto Wolff erklärte, dass der Mercedes anders als im Frühjahr und Sommer eingestellt wurde, wo sie noch langsam waren. Ein weiterer Grund ist die Aerodynamik, die ab Silverstone ans Auto kam und viel mehr Rundenzeit brachte. Es fällt Mercedes jetzt viel leichter, den Verlust von Abtrieb, der durch die neue Unterbodenregel entstanden ist, auszubalancieren. Vor kurzem kam erst heraus, dass Mercedes ein nach unten absenkbares Sack bzw. ein nach oben wandernde Radaufhängung hat. Red Bull wollte da nicht protestieren, selbst Christian Horner sagt, das sei legal. Mercedes größte Sorge ist der Motor, denn Bottas musste wegen einem Motorwechsel oder Motorteilewechsel schon dreimal weiter hinten in der Startausstellung starten und Hamilton bisher nur einmal. Ob der aktuelle Weltmeister auch noch einen fünften Motor benötigt, ist nicht auszuschließen. Fakt ist, es ist zu spät in der Saison, um noch einzugreifen. Red Bull hat aber auch mindestens 10 Mercedes High Performance Powertrains Mitarbeiter abgeworben, darunter auch Ben Hodgkinson, ehemaliger Motorenchef von Mercedes. Schreibt mir mal sachlich in die Kommentare, was ihr denkt, wer von den beiden Teams den KWM-Titel holt. Im Juni wurde bekannt, dass der Yas Marina Circuit an einigen Stellen umgebaut wird. Die Kurven 5 bis 7 werden durch eine schnelle Kurve ersetzt und bei den Kurven 11 bis 14 ist es genauso. Auch im Bereich des Hotels werden die Kurven entschärft. Heute ist Michael Macy vor Ort, um das Ergebnis zu beurteilen. Die neue Strecke wird nicht mehr 21 Kurven haben, sondern nur noch 16 und auch die Rennstreckenlänge wurde um 273 Meter auf 5.281 Meter verkürzt. Dafür gehen aber die Rennrunden nach oben. Es werden drei extra Runden gefahren, also 58 statt wie bisher 55. Ben Wiltscher, CEO von Driven International, geht davon aus, dass das neue Design den Simulationen zufolge zwischen 10 und 15 Sekunden schneller sein wird. Die Polezeit aus dem letzten Jahr lag bei 1.35.246, gesetzt von Max Verstappen. Also könnte es sein, dass die Polezeit in diesem Jahr zwischen 1.20 und 1.25 gesetzt werden könnte. Schreibt mir mal eure Meinung zu den Zeiten und der neuen Strecke in die Kommentare. Die Preise für den Miami Grand Prix nächstes Jahr im Mai sind auf Twitter veröffentlicht worden und die haben es in sich. Wie man hier erkennen kann, kostet ein Wochenendticket mindestens 640 Dollar, was 551 Euro sind. Für diesen Preis kann man im Bereich Beach sitzen. Am meisten bezahlt man für einen Sitzplatz auf der Startziehe geraten, nämlich zwischen 1.680 und 2.070 Dollar. Das sind umgerechnet 1.448 und 1.784 Euro. Zum Vergleich, beim Belgien Grand Prix zahlt man für ein Wochenende unter 200 Euro. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von RacingFinF1 und er schreibt, Hast du ein neues Mikrofon-Slash-Headset? Weil es hört sich so neu an. Ja, ich habe mir ein neues Audio-Interface gekauft, nämlich das Elgato Wave XLR, welches zwischen dem PC und dem Mikrofon platziert ist. Außerdem verwende ich einen sogenannten Mixscreen, der dafür sorgt, dass die Aufnahmequalität optimiert wird. Und für alle, die es wissen möchten, was ich für ein Mikrofon habe, ich besitze das Shure SM7B. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, denn dann werdet ihr erfahren, warum Andretti sauber nicht übernimmt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao!